Musik 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 Seit über zweieinhalb Jahren verhandelt die Stadt mit der Swiss Life, unserem Besitzer. Während dieser Zeit sind zwei Abgabetermine schon verstrichen und Mietverträge sind verlängert worden. Ab im Januar ist das Transit-Restaurant, wo auch Treffpunkt für uns gewesen ist, auf Zürich West gezogen. Neben dem Restaurant wohnen Menschen, die im Asylverfahren sind. Dahinter, auf dem Brachland, wäre es gedacht, dass wir ab April bauen könnten, weil dann laufen unsere Verträge zum dritten Mal ab. Unser Ziel ist, möglichst bald auf die Zürich West zu ziehen können. Herr Nad Bechtold, Sprecher vom Präsidialdepartement Zürich, hat uns zugesichert, dass unsere Sorgen unberechtigt sind. Das, obwohl noch keine termingerechte Lösung in Sicht gestellt wird. Dieser Kurzfilm soll dazu dienen, dass mögliche Investoren in unseren Ateliers reinschauen können. Musik 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 Also ich bin hier im August gekommen und ich habe schon vorher ein paar Ateliers gehabt. Und ich war einfach da, habe ich mich plötzlich wirklich entfalten und verwirklichen konnte, weil ich mich hier extrem wohl gefühlt habe. Also gefühlt habe. Ich glaube, die grosse Gemeinschaft, also für mich ist es einfach so, wenn ich gerade einen schlechten Tag habe oder keine Motivation oder Inspiration habe, dann kann man zum Nachbarn oder man kann im anderen Teil, wo man vielleicht die anderen noch nicht kennengelernt hat und dann kann man mit diesen Leuten reden, andere Künstler und ein bisschen Inspiration auswechseln. Eigentlich können wir dann wieder gemeinsam sein, weil sie schon auch nicht nur das Restaurant waren, aber sie sind natürlich Teil des ganzen Basislagers und das gehört dann natürlich schon dazu. Das ist in der Tat so, dass wir eine spezielle Beziehung zu diesem Basislager haben. Wir durften das nämlich ausdenken und mit Fischer zusammen entwickeln und haben in der Swissleifen dankbare Experimentierfreude, einen richtigen Auftraggeber gefunden, aber dass man uns hier realisiert hat. Einerseits reizt uns einen möglichen weiteren Standort in der Stadt Zürich und zweitens ist eigentlich gerade der Reiz daran, dass man jetzt wird zügeln oder hoffen, dass man wird zügeln und das auch beweisen, dass das Konzept nicht nur im ersten Mal funktioniert hat, dass man das so günstig und einfach und schnell bauen kann, wie man das hier gemacht hat, sondern dass man es auch im gleichen eleganten Zug kann umsetzen und einen neuen Brachen entdecken in der Stadt Zürich. Wir sind mit uns im Büro, mit der Uni Zürich und der Zürcher Hochschule in Winterthur, mit der Architekturabteilung, sind wir daran gewesen, ein Forschungsprojekt zu machen, wo wir einfach die Industrieareale vor allem untersucht haben. Und in dem ganzen Diskurs über kreative Wirtschaft, wer sind die Leute, die sich in den Industriearealen grosswerten und sich dort entfalten, was sind das für Leute und was machen die, warum sind die da, was tragen die zu unserem Lebensraum und Arbeitsraum bei. Und parallel dazu ist man in einem anderen Rahmen mit der Swisslife im Gespräch gewesen und das ist dann irgendwie zusammengekommen und dann, ich weiss nicht mehr genau, wie die, was jetzt zuerst gewesen ist, aber die Idee hat dann gefruchtet, dass man auch darüber nachdenken kann, nicht ein Gebäude zu nutzen, sondern einfach eine Fläche zu nutzen. Also es ist jetzt zwölf Uhr, wir haben nichts zu essen. Wir wissen nicht, woher. Wir haben Hunger. Durst. Bitte spendet für uns das Basislager. Wieder ein neuer Transit. Oder kommen wieder zurück. Dass ich endlich einen Platz habe, wo ich machen kann, was ich will. Da in diesem Raum. Und das habe ich gestalten können, wie ich will. Also von den Farben her und überhaupt niemand hat mich reingespätzt. Also dass es Platz hat für so viele verschiedene Menschen. Von ganz jung bis ganz alt, mit ganz verschiedenen Interessen und dass man eigentlich gut miteinander auskommt und einander auch ab und zu aushilft. Also das finde ich schön. Also das ist das, was ich gemerkt habe, was eigentlich da vorhanden ist. Ja, dass ich mich freue, wenn ich endlich dort unten bin. Und das ist sicher die kreative Stimmung da. Also das verdichtete, die verdichtete Ansammlung von kreativen Köpfen, die etwas Spezielles machen, die ihren eigenen Arbeitsplatz erschaffen, zum Teil. Und das hat mich sehr beeindruckt, vor allem, weil ich vorher eher in einem Büro gearbeitet habe, in einem Bürogebäude, wo die Leute eher administrative Sachen gemacht haben. Aber eben die Verdichtung von Kreativität da, die finde ich ausserordentlich und ist auch einzigartig eigentlich. Ich vermisse euch. Ja, so liebe Dani, liebe Kathrin, ich schaue jetzt in die Kamera. Das macht man sonst nicht. Das Gebiet entwickelt sich sehr stark und euch ein guter Ruf wird euch sicher vorausgelt sein. Genauso, wenn ihr euch da fehlt, die gemütlichen Mittagessen bei euch im Bauwagen oder im Sommer auf dem Kiezplatz im Schatten von einem Sonnenschirm fehlt uns sehr. Und wir freuen uns, wieder zu euch zu stossen und gleich wieder von euch verköstet zu werden. Ja, also ich habe mich eigentlich einfach immer sehr wohlgefühlt, schon von Anfang an. Es ist einfach total lässig, weil es so viele verschiedene Leute hat. Und es ist eigentlich immer jemand rum, ist manchmal auch ein bisschen allein, hat sich keine Ruhe, aber dann ist auch wieder jemand rum. Das geniesst man mega, einfach auch die Vernetzung, die es da hat. Das finde ich super. Es sind einfach lässige Leute. Ja, also den Transit vermissen wir schon sehr da, weil wir können auch immer nicht mehr zum Mittagessen gehen. Jetzt müssen wir immer selber etwas mitnehmen. Also ja, wir hoffen also stark, dass wir dann auch wieder dort hin können und wir wieder den Transit haben, zum Mittagessen. Ja, es ist schade. Hoi, Dani, Katrin. Bis früher oder später. Wir sehen das eh. Hoi, Dani, Katrin. Uuf. Abónen. Hoi, Dani, Katrin. Dass jeder, der will, für sich alleine sein kann und dich zurückziehen kann, wenn du willst, was immer kannst. Und du kannst rausgehen, rüber gehen, an den Markt holen, oder Judith Sali sagen, oder oben und unten. Und das ist das ganz, ganz Gute daran. Und das glaube ich, das gibt es halt, ich weiss es nicht, es gibt sicher Gebäude, wo Ateliers sind oder so, aber dass du wirklich, dass jeder seine Einheit hat, wo man sich zurückziehen und auch wieder rausgehen kann, so viel, wie man will. Und im Sommer kann man die Türen öffnen, im Winter noch ein bisschen weniger. Und das finde ich schon recht gut und wichtig. Ich sage ja, das Problem mit dem Zuhause arbeiten, also ich kann auch zuhause arbeiten, ich habe sogar recht gut Platz. das Problem beim Zuhause arbeiten. Erstens tut es mir schon gut, wenn man die Wüste einfach mal rausgeht, also wenn man den ganzen Tag einfach zuhause sitzt. Das ist seltsam. Und das Zweite ist, wenn man zuhause arbeitet, das ist so der berühmte Ding, man könnte gleich eine Wäsche öffnen und wenn man die Wäsche öffnet, merkt man, dass das Wäschmittel gerade knapp ist. Also könnte man auch gleich Wäschmittel posten. Wenn man gerade am Wäschmittel posten, könnte man auch gleich richtig posten. Wenn man gleich richtig posten ist, merkt man, dass das Mittag auch nicht so ist. Bis man zurück ist, wäre es eigentlich schon Zeit, das Mittag zu machen. Bis man das Mittag gemacht hat, ist man schon relativ müde. Also muss man nachher ein bisschen abblicken. Und irgendwann ist vier Uhr am Nachmittag und man hat eigentlich überhaupt nichts gemacht. Das ist so bei der Heimschaffung ein bisschen Tücken. Ich bin am Anfang nur ganz kurz da gewesen, etwa drei Monate. In dieser Zeit hatte ich so viel zu tun, dass ich einfach nur am Arbeiten war. Für mich war vieles nahe. Ich habe mir dort selbstständig gemacht. Und das habe ich natürlich mega cool gefunden, einfach so die feinen Leute. Einen Austausch. Ja, einfach so die Konstellation von allen möglichen verschiedenen Leuten. Dienstleister oder Künstler oder was auch immer. Und dass du die Möglichkeit hast, mitzukriegen, wie jeder arbeitet und funktioniert. Und dass du halt auch als kleines Unternehmen die Möglichkeit hast, wirklich in dein eigenes Reich zu haben und dich zu präsentieren oder dich zurückzuziehen in den Raum, den du halt brauchst, um zu arbeiten zu können. Das ist eigentlich das, was mich so speziell macht. Und dass du trotzdem die Gemeinschaft pflegen kannst. Und eben auch am Mittag irgendwie alle Leute aus jeder Ecke des Basislagers treffen. Mit diesen Schwätzen, die du wahrscheinlich nie kennengelernt hättest. Ja. So durch das ganze Ambiente halt da im Basislager bist du auch motiviert, um da herzukommen und etwas zu machen. Oder weil du auch weisst, rundum sind auch alle anderen Leute fleissig. Und wenn du halt am Wochenende da herkommst, bist du sicher nicht alleine, weil es etliche Leute gibt, die es am Wochenende nutzen, weil es am Tag ist wie jeder andere, der es das machen kann, was es am liebsten macht. Nämlich da. Ich muss sie gerade zu mir. Hey, Anna, komm mal zu mir! Auf! Auf! Liebe Dani, ich vermisse dich und deine Würstchen. Oh, Hühnenfest! Pfeife! Hau auf! Ja, das ist gut. Das ist fein gemacht. Senferecke. Oh! Oh един. Oh, das nehme ich schon? Oh, wir fahren. Oh, ich Milan. Oh! Geraum character! Ohhhh! Oh, ich habeis einen Teil ib evang. Oh! Oh! Zum dritten noch Wintermorgen, Wintermittag, Winterabend von Theodor Vantan. Da draussen schneit es, Schnee geflimmert, bis heute mir den Weg zu dir, Eintrete ich in ein traurig Zimmer und warm ans Herze fliegst du mir. Abschüttel ich jetzt die Winterglocken, abschüttel ich hinten rein die Welt, Nur leise von den schlitten Glocken ein ferner Klang, der übergelt. Nun aber komm, nun lass uns plaudern, von einem Herd, von Hof und Haus, Da baust du lachend ohne Zauber, bis unters Dach die Zukunft aus. Du hängst an meines Zimmers Wände all meine Lieblingsschildereien, Ich seh's und streck danach die Hände, als müsste es wahr und wirklich sein. So fliegt es abends schöne Stunde, vom fernen Turm tönt's Mitternacht. Die Mutter schläft in stiller Runde, nur noch die Wanne pippt und wacht. Ade, ade, ade von warmen Lippen, ein Kuss noch, dann in Nacht hinein. Das Leben lacht, trotz Sturm und Lippen, nur Steuerer muss die Wiede sein. Ich habe letztens mit Wehmut gesehen, dass das Auto weg ist, jetzt tatsächlich, der alte Ford, und ähm, Eben, mit dem ist auch so ein bisschen ein Treffpunkt verloren gegangen, vom Basislager und ich hoffe, dass wir durchheben und, ähm, ja, dass wir uns dann wieder sehen. Und, ähm, ja, wahrscheinlich alle verschiedene Leute, die, ähm, wo da ihr Ding, ihr Ding, ihr Ding machen, jeder sein eigenes. Ja, die Spannung wäre, wer die neue Nachbarn sind natürlich und, ähm, ähm, auch zu schauen, ob man etwas aus diesem Raum machen kann. Wenn man so kommt, denke ich mir, alles ist so schmal und lang und so und bringe ich da mein Zeug rein. Und, ja, die ganze, die ganze Arbeit, was es nachher gibt, um den Rumi zu richten, zu streichen, der Boden lädt ganz weiter. Es ist jetzt doch schon zwei Jahre her, fast, schon ein bisschen länger. Ja, es ist immer noch da, dass wir Pionier sind, die da in ein neues Feld vorgestossen sind und es macht immer noch Freude, jeden Tag da hinzukommen. Ich finde immer noch das Gelände genial und vor allem der Austausch mit den anderen ist super. Es geht vor allem auch darum, was man alles für Kontakten mit der mittlerweile knüpfen konnte. Die Vernetzung untereinander ist top eigentlich. Es ist sicher die Kompaktheit, die auf einer Art wirklich speziell ist, denke ich, dass man auf so einem kleinen Raum so ein grosses kreatives Umfeld findet, wo auch verschiedene Sparten zusammen vermischt und verbindet tut. Es gibt nicht einfach nur einen Bereich, wo man sagt, darauf hat sich jetzt das Baselager fokussiert und es sind nur Künstler oder Fotografen oder Architekten zu finden, sondern es ist wirklich die grosse Vermischung, die in meinen Augen auch der Vorteil ist von dem Ort. Das ist eine ganz kurze Videobotschaft an Liebetransit. Die Böschler sind weg. Das Basislager ist noch nicht bei euch. Aber ich bin ziemlich sicher, wir kommen euch bald nach. Wir vermissen alle ganz fest. Wir freuen uns auf euch. Also ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Es war vorher jemand anderes im Atelier gewesen, die Zahara. Und ich bin dann letzten Sommer hier eingezogen. Und ja, es war einfach ein ganz schönes Gefühl, das ich wusste, das ist mein Atelier. Und ja, da kann man kaum gehen, wenn man will und arbeiten. So wie man will, ja. Ich denke, das Schöne ist sicher, dass so viele junge kreative Leute auf einem Platz sind. Und dass man aber doch sein eigenes Atelier hat. Man hat seinen eigenen Raum, wo man arbeiten kann, Türen zu machen. Und doch hat es nebendran und obendran wieder Leute, die man auch treffen kann. Und man ist nicht so isoliert, ja. Und der Austausch natürlich mit allen. Bei mir ist vor allem auch Katrin nebendran, die Taschen macht. Es ist immer spannend, wieder auszuschen, wie sie es näht oder macht. Und dann können wir den anderen auch aushelfen. Ja. Ich freue mich natürlich, wenn wir auch dort sind. Und ja, wie auch immer wieder aufs Mittagessen, wo sie immer sehr fein gekocht haben. Und ja, ich habe auch ein bisschen wehmütig gesehen, dass der Wagen weg ist bei uns. Und jetzt hat es in dem Sinne keine Verpflegung mehr da. Aber ich freue mich, sie wieder in den nächsten zwei Jahren. Was? Das war es so. Ich versuchte mich dann. Ich habe einen kleinen schönen Tag. Ich habe einen kleinen Schwarz-Rat. Ich habe einen kleinen Schwarz-Rat. Ich habe einen kleinen Schwarz-Rat. Das ist mein Wort. Baby Eyes Fleisch. Was? Baby Eyes Fleisch. Es ist für uns extrem schön, dass wir hier oben eigentlich fehlen. Für uns war es auch ein Abschied und ein Neuanfang gleichzeitig. Und ich bin sicher, dass wir uns hier wieder treffen. Ich habe es schon recht berührend gefunden. Das waren wirklich die Leute, die man fast täglich gesehen hat, die etwas gesagt haben. Sie haben uns sehr überzeugt und sehr schön übergebracht. Wir freuen uns, wenn das Basislager wieder kommt. Das bin ich, Sonja Bischof. Die Motivation zu diesem Film war eigentlich eine ganz einfache. Meine Nachbarn vom Basislager waren immer frustrierter, weil die Verträge schon zweimal verlängert wurden und es einfach nicht sicher ist, wie es weitergeht. So viele verschiedene Fachleute konzentriert an einem Ort. Ich finde, das muss überleben. Schon dreimal sind wir innerhalb von wenigen Tagen in Tagico auf einem Online-Portal. Wir alle wollen wissen, wie es langsam weitergeht. Aber seit heute bin ich so richtig glücklich, weil der Cubolibre, der auf dem Basislager ist, mir eine Lampe verkauft hat und so ein kleines Nebentischchen. Und diese Produkte bestehen aus einer Secretivare, wo er dann ganz fantasievoll Möbel daraus macht. Seit heute ist mein Atelier so richtig komplett. Ich will es einfach nicht aufgeben. Ich will es einfach nicht aufgeben. Ich will es einfach nicht ansehen. Geil, danke! Perfekt bestätigt! An Platz zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.